Hallo zusammen und willkommen zurück zu Let's Play Knights of Honor, beim letzten Mal haben wir noch diese komische Verselbstständigung von Bulgarien unterdrückt. Ja. Und jetzt bin ich gerade auf dem Weg hier, um diese komischen Rebellen hier wegzumachen, diese kommen übrigens auch aus Bulgarien. Und ich möchte in dieser Folge Sizilien erobern, ich weiß nicht, ob wir es schaffen, Kaudroba auch noch mitzunehmen. Aber wir können es ja mal probieren, ich kann ja mal gucken, wo ich nochmal, ähm, ja so konvertieren muss, äh, bekehren muss in so'n Scheiß. Ähm. In Sirenaika, okay, dann schenken wir ihn mal hin. Ich will den franzendsten Herrscher, denn ich möge Gott, diese Stadt in der Nähe zu ziehen. Da war's. Guten Tag, ein neues Gebäude wurde eröffnet, mein Herr. Äh, dann haben wir Darkien. Da gehst du mal hin. Gucken, wo das ist. Hm, da. Zack. Guten Tag, mein Herr. Und bekehren, bitte. Ein D, da kann ich momentan noch nicht. Was sind das denn welche? Revelle Batu. Äh, da muss ich auch mal was gegen tun. Da werde ich sogar sehr zeitnah was gegen tun. Das ist ja in Darkien und hier oben ist, glaube ich, Maze... Wo ist der? Mazedonien. Was ist euer Wunsch? Da. Und der? Ist auch... Ja. Zurück in die Stadt. Mein Herr. Für die Kone. Was ist euer Wunsch? Mach die... Hallo. Für die Kone. Unterwegs. So, du sollst den bitte wegmachen, danke. Was ist euer Wunsch? So, hier gab's, glaube ich, kein größeres Problem. Zurück hinter den Schutz der Stadtmauern. Die Stadtmauern standen hier, die werden dann von hier aus Cordoba übernehmen. Aber wie gesagt, ich möchte gerne mit Sizilien anfangen. Ja. Das können eigentlich die beiden zuerst machen, ne? Los, los. Wie lautet euer Befehl? Ab nach Venedig. Du auch? Endlich wieder was zu tun. Vielleicht hätte ich die Nahrung rauffüllen sollen. Bei ihm ist er vielleicht cleverer gewesen. Ja. Da war ich jetzt nicht schlau genug für. Ja, mein Herr. Ja, er ist... Ach, der ist auch da unten. Na, schau an. Das ist ja praktisch. Wie lautet euer Befehl? Ja, rennt ihr mal ruhig hinterher. Macht ihr mal weg. Ja. Wie lautet euer Befehl? Wie lautet euer Befehl? Zurück in die Stadt. Die beiden füllen jetzt nur mal im Kurs die... Nein, die beiden gehen direkt nach Ceter weiter. Die können sich dort aufladen. Ich marschiere. So, komm, macht mal hin. Es ist uns gelungen, eine Provinz wurde erfolgreich bekehrt. Gut, sehr gut. Du lässt sich nur mal in Meindiedern. Dann holen wir die beiden zurück. Möge Gott euch schützen, mein Herr. Und wenn die zurück sind, dann werde ich sie neu stationieren. Die ganze Plünderung. Zu den Waffen. Eine Stadt wird belagert. Ui, 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 was, 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 was? Wo? Oh nein, 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 nein. Nicht schon wieder. Oh, Mann, die gehen mir so auf die Nerven, diese Cordoba-Mongos. Oh, ist das ätzend. Okay, ähm, da muss ich immerhin was tun. Den werten wir mal auf. Eine neue Konstruktion wurde abgekossen, mein Herr. Ja, klar, die einzige Stadt, die ich nicht vernünftig geschützt habe, wird überrannt. Juhu. Hier fehlen noch Schützen. Sieht alles ziemlich gut aus, soweit hier. Ach, meine Fresse, ist das nervig. Okay. Ja, mein Herr. Dann schicken wir da mal einen hin. Nämlich ihn hier. Er muss das erledigen. Auf die Schiffe. Und da fange ich jetzt mein Kip in Sizilien an. Das geht ja sonst nicht hier. Ja, sonst verhungern meine Leute da noch, das geht nicht. Sizilien. Audience verlassen. Was ist euer Wunsch? So, greifen wir hier an. Ich werde diese Bauern zermalmen. Ja. Ähm, du greifst da an. Und du greifst da auch an. Und wehe, ihr schafft das nicht. Mein Herr, wir haben eine steuere Hoheit. Wir haben eine weitere Stadt eingenommen. Ja, ich weiß. Diese Schweine hier haben sich Sinab geholt. Aber die hole ich mir gleich zurück. Er macht das hier schon. Obwohl, er hat gar nicht so viele geile Einheiten dabei, ne? Ja, wenn das verkackt, muss ich halt jemand anders dahin schicken. Egal, ich habe zwei Städte erobert. Das ist gut. Hier, holen wir uns mal die... Och, er hat schon wieder so viele Einheiten verloren. Ihr, nimmst den Highlander mit. Zwei Stück, muss reichen. Lasst uns den Proviant auffüllen und ruhen. Er hat auch Einheiten verloren. Sehr uncool. Dann marschieren wir jetzt trotzdem. Ah, ich weiß nicht, ob ich die Stadt hier schaffe. Und die sind noch dabei. Komm, greift an. Wahrscheinlich sind die beiden sogar besser, weil die viel stärkere Einheiten dabei haben. Ich finde mich weiser. Mein Herr, uns gehört nun... Autsch! Das ist richtig teuer gewesen. Wir haben ein paar Armbruster mit. Ihr werdet das nicht bereuen. So, du gehst auch mal eben... Oh, Gott, der hat ja fast die gesamte Armee verloren. Oh, ist das schlecht. Ja, komm, hier. Wir haben einen Langbogenschützen. Oh, ist das schlecht, ey. Feindliche Truppen marschieren durch eure prächtige Ländereich. Ähm, ich möchte, dass du zuerst mal... Scheiße. Wieso kann ich ja eigentlich nicht mal die hier kaufen? Ach, keine Bevölkerung. Daran liegt das. Ja, mein Herr. So, du bist auf dem Schiff. Dann fährst du mal... Hier hin. Ne, warte, das ist... Ach nein, da, ist okay, ist okay. Wie lautet euer Befehl? So. Du? Gehst nach Neapel? Zurück hinter dem Schutz der Stadtmauer. Wie lautet euer Befehl? Jetzt habe ich neu und geäbt. Geht nach Neapel. Äh, was machen die beiden hier? Die brauchen noch Einheiten. Wir haben hier keine Bevölkerung, das ist echt scheiße. Egal, dann werden wir etwas defensiv bauen hier. Der kommt weg. Wir haben ein neues Gebäude. Ja, die Palisade her. Wir haben ein neues Gebäude errichtet. Eure Hohe. Nichts bauen, das ist richtig schlecht. Dann gliedern wir erstmal ein bisschen die Bevölkerung ein. Zeta. Ein gliedern. Das sind Muslime? Wir sind das Muslime. Ah, ist egal. Spiel keine Rolle. Hungern wir sie aus? Ja, mein Herr. Ja. Jetzt kann ich wieder einen dazu nehmen. Also, geht doch. So, komm, bewege dich mal ein bisschen hier. Lasst niemanden in die Stadt oder heraus. Ja, mein Herr. Die beiden sind noch unterwegs. Okay. Das ist aber ein bisschen weiter wichtig, die wir hier zurücklegen müssen, wa? Okay. So, wer soll hier rein? Auffüllen. Feindliche Truppen marschieren durch eure prächtigen Ländereien. Kann ich auch noch ein Sinnvolles kaufen, ne? Okay, dann darfst du mal... Hast du irgendwelche Erfahrungen? Nein. Wie lautet euer Befehl? Dann, ähm, versuch mal, sie noch zurückzuholen. Angriff. Da sind ganz viele... Eine unserer Städte wird belagert. Wester, halt! Was jetzt? Wieso Cordoba? Was wollen... Was? Seit wann wir nicht mit Cordoba im Krieg? Ich war doch eben noch... Hey! Ich will nicht Krieg mit euch! Och. Ernsthaft? Really? Okay, das kann ich nicht gewinnen. Da müssen die beiden hier die Stellung halten, das hilft mir nix. Aber ich kann hier nochmal ein bisschen ausbauen. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ein neues Gebäude wurde errichtet, mein Herr. So, dann machen wir das mal so. Achso, das kann ich mir jetzt nicht mehr leisten. Das macht aber nix. Lasst uns den Proviant auffüllen und ruhen. Dann werde ich hier drüben nochmal eben... Na, wo ist denn die blöde Stadt hier? Eure Hoheit. Wir haben eine weitere Stadt eingenommen. Ach, das ist die... Nee. Hier muss doch irgendwo... Ist das die Provinz West-Sahara? So. Ja. Also, die habe ich erobert, das ist gut. Er hat auch gar nicht so viel verloren. Ich werde diese Bauern zermalmen. Kämpf um den Sieg. Ja, hier. Kämpf mit. Wir haben eine Stadt und die dazugehörige Provinz verloren. Ach, jetzt ist der West-Sahara verloren. Ja, okay. Ein weiterer ruhmreicher Sieg, mein Herr. Mein Herr, eine Schlacht wurde verlaufen. Ach, sag mal, was könnt ihr eigentlich? Unsere Armeen haben noch eine Schlacht gewonnen. Ist das nervig. Mann, ihr Amateure. Zurück hinter den Schutz der Stadtmauern. So, gehen wir hier rein. Einheiten regenerieren, Nahrung regenerieren und eine Einheit dazukaufen. Hier, nehmen wir Langschwertkämpfer. Du musst auch dringend hier rein. Du musst auch mal eine Langschwertkämpfer mit... Und dann kannst du hier gleich... Angriff... ...mit attackieren. Ich werde diese Bauern zermalmen. Die stehen hier. Die stehen hier. So, du musst... Na, na, kommst du wohl her hier. Ähm... Oh, da braucht wieder Einheiten. Ähm... Dann nehm ich mal ein paar Highlander dazu. Das bringt sonst nix. Zurück hinter den Schutz der Stadtmauern. So. Ungern wir sie aus. Du wirst Apulien angreifen. Halt, stopp. Zurück, 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 zurück. Scheiße. Kämpft um den Sieg. Ja, mein Herr. Für die Krone. Angriff. So, ihr greift hier bitte mal zusammen an. Und räuchert euch dieses befestigte Lager aus. Das geht ja gar nicht. Mein Herr. Ich folge. Mein Herr. Wir haben einen ehrenhaften Sieg erobert. Sehr gut. Jetzt kann ich aber gleich zurückgehen und die wieder regenerieren. Ne, super Idee. Endlich wieder Warnheit zum Aufbruch. Ja. So, die haben hier erobert. Und sonst gibt's hier drüben auch nichts mehr seitens dieser Leute, ne? Okay, dann ab auf die Schirme. Ich liebe das Meer. Dann musst du mich jetzt erstmal um Cordoba kümmern. So ist das nun mal. Ich grüße den strahlensten Herrscher. Der kennt dich. Du kommst mal. Marzien in. Möge Gott euch schützen. Kehren und eingliedern. Wie lautet euer Befehl? Äh, hier. Regenerieren. Ich verlasse die Stadt. Lass uns den Proviant auffüllen und ruhen. Rein hier. Regenerieren. Nahrung auffüllen. Und weiter geht's. Lass niemanden in die Stadt oder heraus. Mein Herr. Wir greifen Apulien an. Und holen uns diese letzte Stadt dann auch noch. Und dann gibt's hier noch eine kleine Insel. Sizilien selbst nämlich. Und die greifen uns dann einfach danach. Obwohl, das können die beiden eigentlich machen. Das ist Apulien. Genau. Lass uns an Land gehen. Wie lautet euer Befehl? Lass uns an Land gehen. Das müssen meine beiden Besten machen. Sonst klappt das nämlich alles nicht. Das ist Cordoba. Das ist mir gerade egal. Da ist ein Cordoba-Söltnerlager. Okay. Halt, stopp. Lautet euer Befehl. Ich folge. Schön zusammen kämpfen. Ausgeglichen. Oh Gott. Komm schon. Komm schon. Unsere Armeen haben noch eine Schlacht. Oh. Okay. Das kann ich abbrechen. Zurück. Hinter den Schutz der Stammauern. Und zurück. Das funktioniert so leider nicht. Ausmauern. Oh je. Das ist ja nicht so schön, ne? Mein Herr. Lasst niemanden in die Flasche oder heraus. Dafür. Wo ist es diese Stadt? Dann kann ich immer noch zurückfahren. Okay. Den ziehen wir zurück. Euer Reich wächst, mein Herr. Uns gehört nun eine weitere. Ja, mein Herr. Befehl ist Gold übernehmen, bitte. Danke. Du sollst... Hallo. Du da. Unterstützen wir bitte hier drüben. Danke. Ach, schau an. Jetzt kommen sie mit ihrer ganzen Armee da angelaufen, wa? Macht nichts. Das lenkt von ihm ab. Ja, dann nehmen wir noch ein paar Heiländer mit, ne? Was soll ich sonst tun? Zurück hinter den Schutz der Stammauern. Boah, die haben richtig... Ich hab die so toll ausgerüstet, ne? Und dann kriegen die so übelst auf die Fresse. Das ist echt scheiße. Na, macht nichts. Das hilft alles nix. Hunger die Stadt aus, mein Herr. Lasst niemanden in die Stadt oder heraus. Dann bildet wir das mal aus, hier. Zurück hinter den Schutz der Stammauern. Du gehst mal bitte rein, weil du auch Einheiten regenerieren musst. Was will er? Er will die Stadt an... Ach, wie süß. Für die Ehre. Angriff. Unsere Armeen haben noch eine Schlacht gewonnen. Jo. Das ist doch gut. Feindliche eure Hoheit. Zurück hinter den Schutz der Stammauern. Was? Wo haben wir eine Schlacht gewonnen? Lösegeldangebot. Aha. Ablehnen. Für euch gibt es keine Hoffnung mehr. Tschüss. So. Wo kann ich ihn immer hinschicken? Ich springe mal direkt nach Sizilien. Soll kann er da direkt weitermachen? Gott euch schützen, mein Herr. So. Wo ist der Hafen hier? Da ist der Hafen. Ich bin unterwegs. Ja, mein Herr. Ich liebe das Meer. Wisst mit. Was ist euer Wunsch? Für die Ehre. Meine Güte, unterstützt den doch mal hier. Was soll denn das? Echt jetzt? Unsere Armeen haben noch eine Schlacht gewonnen. Hier brauche ich nochmal Verteidigungseinheit, ne? Amerika war erfolgreich und hat eine Provinz bekehrt. Ja, hier. Leichte Bogen schützen. Passt schon. Zurück in die Stadt. Ich brauche hier dringend. Nahrungsmittel. Das ist auch nochmal so, das ist mir egal. Ich verteidige das jetzt hier erstmal. Ja. Ich grüße den strahlendsten Herrscher der Welt. Trapesund wird belagert. Oh, nee. Alter, machen die sich jetzt noch größer? Alter, dann muss ich ja gleich... Ich würde das Cordoba auslöschen und dann muss ich mir da, äh... Das sind doch nur Bauern. Wieso? Wäre die Stadtwache die nicht ab? Scheiße. Oh Mann. Das ist gemein. Jetzt verdere ich da noch eine Stadt. Hier sollte ich aber eigentlich gut genug... Habe ich eigentlich eine Stadtwache drin in dem Ding hier? Ja, habe ich. Trapesund Anatolien. Die sind alle soweit eigentlich hier, ne? Antalya. Ja, hier muss ich... Mein Wissen ist gestiegen. Was ist euer Wunsch? Na, also. Geht doch. Und hier haben schon wieder fast keine Einheiten dabei. Aber jetzt kann ich ihn hier aufrüsten, dass er Trebuch schießen mitnehmen kann. Die ich hier aber nicht kaufen kann. Ach. Kann ich hier... Eine Einheiten kann ich hier auch nicht kaufen, weil hier keine Leute mehr wohnen. Super. Okay, dann gehst du mal zurück nach Neapel. Und damit ist Sizilien auch Geschichte. Ich hab keine Ahnung, wie spät es ist. Ich hab nicht vergessen, meine Stoppuhr zu stellen. Wenig überraschend. Zurück in der Stadt. Ich muss ja hier... Kann ich das kaufen jetzt inzwischen? Na also. Nein, halt zurück. So, wo ist der denn noch hin? Wollen wir denn noch... In Estland und Finnland. Finnland ist... Okay. Na gut. Möge Gott euch schützen, mein Herr. Dann gehst du mal nach Estland. Oder nach Finnland, ist egal. Möge euch die Sonne in den Weg weisen, mein Herr. Wir haben eine Stadt und die dazugehörige Provinz verloren. Ach Gott, haben wir das schon wieder verkackt, wa? Die gehen mir echt auf die Nüsse hier. Jetzt hab ich zwei Städte schon verloren. Ich hoffe, ich kann diese Städte hier hinten halten. Was ist euer Wunsch? Warum bist du nicht aufs Schiff gegangen? Ich bin unterwegs. Oh, Mongo. Hier. Ausländische Sympathisanten bereiten uns Probleme. Zack, so. Jetzt fahren wir hier hin. Nach Al-Jaziah. Die Kiste ist nah. Mein Herr. Lasst uns an Landen. Sympathisanten des Feindes erheben sich. Eine Provinz wurde erfolgreich bekehrt. In Moesia. Jetzt ist aber langsam mal genug hier, ne? Wir wollen ein bisschen die Macht positionieren. Kann ich nicht, okay. Äh, kämpfen. Dann kommen wir mal zurück. Unterstützt den mal eben, bitte. Zurück in die Stadt. Oh. Anatolien. Ach komm, Leute, jetzt wird es langsam echt lächerlich. Okay, ich muss hier gleich was tun, aber ich muss erst Cordoba loswerden. Das haut sonst ein wenig hin hier. Lasst niemanden in die Stadt oder raus. Mein Herr. Und hat eine Provinz bekehrt. Endlich wieder warmes Essen. So, Nahrung. Zurück hinter den Schutz der Stadtmauern. Zurück hinter den Schutz der Stadtmauern. So, und jetzt geht ihr wieder hierher. Ja. Hungern wir sie aus. Ja. Du. Regenerieren. Ich brauche euch nämlich gleich. So, dann gehst du zum Hafen. Du sollst... Hallo. Was ist euer Wunsch? Licht wird ja sehen. Den Hafen nehmen. Wir haben eine neue Provinz erobert. Kannst dir keine Trebuchets kaufen, macht aber nichts. Was ist euer Wunsch? Auf die Schiffe. Bis dahin. Ja, mein Herr. So, die Stadt gehört mir. Danke. Lasst uns den Proviant auffüllen und ruhen. Ähm. Ja, hier schicken wir gleich einen hin. Guten Dank, mein Herr. Zum Konvertieren. Jesaja. Ich grüße den strahlendsten Ernst. Eingliedern und Konvertieren. So, jetzt. Was ist euer Wunsch? Ja, lasst uns den Proviant auffüllen und ruhen. Los, los, alle Abmarsch. Das ist ein Söldnerlager? Ja. Dann nehmen wir jetzt jetzt die nächste Provinz vor. Was ist denn? Wo hat die Stadt? So, Cordoba überrennen und dann können wir uns um diese ganzen komischen anderen Heinis hier hinten. Mein Herr. Es wurde langsam Zeit, von Bord zu gehen. Ne, wir machen erst mal Sinop. Was ist euer Wunsch? Das ist jetzt besser. Und dann schaffen die Heinis das hoffentlich. Guten Tag, mein Herr. Der kommt zurück. Schicken wir ihn jetzt jetzt nach Estland. Das war ja noch heidnisch. Ja, mein Herr. So, weh, ihr schafft das nicht hier. Euer Reich wechselt, mein Herr. Uns gehört nun eine weitere Stadt. Zurück in die Stadt. So, hier hin. Zack, regenerieren. Zurück hinter den Schutz der Stadtmauern. Endlich. Lasst uns den Provinz aufhören, wie lautet euer Befehl? Ich verlasse die Stadt. Was? Provinz? Achso, er hat eine Provinz bekehrt. Ja, alles klar. Gut, schön und gut. Okay, dann tüdelst du weiter hier rüber. Kämpft um den Sieg. Wie lautet euer Befehl? Marrakesch. Dann werden wir... Die Weste Hara, die ist ja eigentlich schon ganz gut befestigt. Ja. Das sieht auch noch ganz gut aus. Wie lautet euer Befehl? Hier müssen wir nur mal ein paar... Ich kann hier keine Bogenschützen kaufen, verdammt! Das hier kaufen wir im Moment, das Ding. Abermals haben eure Armeen eine Belagerung erfolgreich beendet. Meister Hara, wieder mal bekehren und wieder eindidern. So, die beiden sind hier. Mein Herr, ich soll angriffen. Oh, wer, das schafft ihr zu zweit nicht. Mein Herr. Okay, die Stadt gehört auch mir, sehr gut. Ähm, ganz ehrlich, egal wie lange dieser Part wird, wir ziehen das jetzt durch. Endlich wieder warmes Essen. Ich werde diese Kampagne jetzt beenden. Mein Herr, abermals haben eure Armeen eine Belagerung erfolgreich beendet. Ich werde diese Bauern zermalmen. Zurück hinter den Schutz der Stadtmauern. Zurück hinter den Schutz der Stadtmauern. So, komm mal hier. Ist das hier tatsächlich die einzige Provinz, die einzige Stadt hier drüben? Tanga, ja, ist die nächste. Okay. Für die Ehre, ich werde diese Bauern zermalmen. Ja, mein Herr. Hier läuft Tanga an, die Stadt gehört auch mir, sehr gut. Und der hat schon wieder eine Einheit verloren. Yay, war klar. Wenn der auch Trebuch schlägt hätte, wäre es natürlich geil, aber hat er natürlich nicht. Was ist das hier eigentlich alles für ein Müll? Was ist das hier? Färberei, tschüss, weg mit dem Scheißen. Kommt ein Graben erstmal hin. Ein neues Gebäude wurde errichtet, mein Herr. Das war jetzt nicht so clever, ne? Zurück in die Stadt. Zack, zack, der hat das aufgerüstet bekommen. Eine Provinz wurde erfolgreich bekehrt. Truppeschleunigung. Verleihendliche Truppen haben unsere Grenzen überquert. Wo denn? Anatolien. Ach da. Dann kümmern wir uns da gleich mal drum. Wie lautet euer Befehl? Hier, unterstützen Sie mal. Möchte nicht, dass ich hier nennen. Für die Ehre. Aller für die Krone. Angriff. Gut, greifen wir direkt die Stadt an. Sollen wir auch recht sein. Die beiden sind noch unterwegs. Wie lautet euer Befehl? Wie lautet euer Befehl? Ich unterstütze den hier. Unsere Armeen haben ein Herr. Abermals haben uns ist der Hauer für eine Magerung erfolgreich beendet. So sehe ich das doch gerne. Hier wird wieder der Highlander aufgefüllt. Der Highlander. So, jetzt geben wir das Ding. Dann haben wir nur noch Fess hier oben. Als Provinz, die noch fehlt. Auf diesem Kontinenzteil zumindest. Ähm, wo ist er denn? Da, nee, den hier will ich haben. Der soll dahin gehen. Der höre ich hier rein. Zack, dahin. Regenerieren. Highlander nacht tanken. Nacht, ja, nacht tanken und so, ne? Ja. Ähm, und dann greifst du Fess an. Und du greifst ebenfalls Fess an. Ich werde diese Bauern zermalmen. Wie lautet euer Befehl? Du füllst mal deine Nahrung auf. Und wenn der jetzt tatsächlich diesen hier angreift, Ja. Dann kommst du mal, Dann kommst du mal, Hallo. Du kommst wieder raus und unterstützt. Danke. So. Er kann zurück. Er kann zurück. Wie lautet euer Befehl? Die beiden sind hier beschäftigt. Rede ab, schau. Wer ist dein Herr? Deine Machtposition hat sich erhöht. Für euch gibt es keine. Tschüss. Und auch exekutiert. Was ist euer Wunsch? Ja. Ach du Scheiße. Hier, komm, hilf dir mal mit hier. Für die Ehre der Angriff. Nicht alleine, bitte. Euer Reich. So, dankeschön. Jetzt haben wir gehört uns das auch schon alles. Und gehören nun eine weitere Stadt. Jetzt fehlt noch der Rest von Cordoba. Endlich wieder warmes Essen. Kommen wir uns jetzt auch sofort drum. Wo ist der nächste Hafen? Ich liebe das Meer, mein Herr. Auf die Schiffe. Was ist euer Wunsch? So, das gehört alles in mir jetzt. Was ist euer Wunsch? Die beiden. Zurück in die Stadt. Ich grüße den strahlendsten Herrscher. Erstmal da unten alles noch hin. Hoheit. Feindliche Truppen marschieren durch eure prächtigen Tanger. Die Sonne, die Sonne, den Weg weisen. Ach, da ist er ja. Schau an. Wo möchte er denn hin? Nach Fes möchte er? Interessant. Ja. Dann schneiden wir ihm doch gleich mal den Weg ab. Oha. Wie lautet euer Befehl? Für die Krone. Angriff. Für die Ehre. Angriff. Ja. So, ihr zwei müssen wir hier rein. Und füllst mal auf. Kriegst noch einen Highlander dazu. Du hier rein. Hier kann ich auch keine Belagerungsgeräte kaufen. Jetzt wollen die hier unten auch noch her. Okay, das werden wir jetzt erstmal unterbinden. Zurück in die Stadt. Ich verlasse die Stadt. Zurück hinter den Schutz. So, Mann. Wir holen uns jetzt die Stadt hier erstmal. Die schaffen das schon. Hoffentlich. Wenn nicht, kann ich doch gleich bestimmt noch dazugehen. Und das verändern soll ihr zwei. Was ist euer Weg hier? Du kannst mal, ähm... festgehen. Möge Gott euch schützen. Bekehren und einlädern. Ja. Ach komm schon, hoffentlich schaffen die das hier. Ich möchte es nicht noch in der Provinz verlieren. Es ist uns gelungen, eine Provinz zu bekehren. Schottische Sympathisanten. Schottische Sympathisanten. Ja, wie süß. Ja, Mann. Okay, jetzt muss ich mal zu dem, wo ist hier der nächste Hafen? Da. Lichtet die See. Wie lautet euer Befehl? Auf zur See. Ach, okay, Leute. Ihr braucht gar nicht weggehen. Da kommt schon wieder was angeeiert. Zurück hinter den Schutz der Stadtmauern. Zurück in die Stadt. Ja. Die beiden sind unterwegs. Die beiden belagern hier noch. Feindliche Truppen marschieren durch eure rechtlichen Befehlreihen. Eure Hoheit. Wir haben eine neue Provinz erobert. Na also. Hier übernehmen. Endlich wieder warmes Essen. Hier übernehmen. Wie gab es ja nichts zu regenerieren? Doch, ein bisschen regenerieren musste ich. Ich bin unterwegs. Wie lautet euer Befehl? Da. Ach, guck mal. Ich habe die Belagung offenbar überstanden. Ach, nee. Sie sind weg, weil ich Anatolien ausgelöscht habe. Mensch. Guck mal. So schnell kann das gehen. Politische Übersicht. So viel ist das gar nicht mehr, wa? Ich habe nur noch das Stückchen Cordoba hier. Wie lautet euer Befehl? Ich werde diese Piauern zermalmen. Wo ist denn diese Cordoba? Okay. Hoffenbar sind die rübergefahren. Sollen wir recht sein. Ich verliere mal die Nahrung auf. Endlich wieder warmes Essen, mein Herr. Du wirst abgerufen. Äh, Schützen. Und da bauen wir mal eine Palisade. Eine neue Konstruktion wurde abgeschlossen, mein Herr. Kommt die Anlegerstelle weg. Ich importiere hier nichts. Von daher ist es wurscht. Er war erfolgreich und hat eine Provinz bekehrt. Sehr gut. Dann abgerufen. Ich wollte immer noch einen nach Estland schicken. Eure Hoheit. Wir haben eine weitere Stadt eingenommen. Was ist euer Wunsch? Ich liebe das. Das ist auch die Schiffe. Wie lautet euer Befehl? So, hier übernehmen wir mal. Zack. Ach, ich kann hier keine Einheiten regenerieren. Das ist ja scheiße. Oh je, das ist nicht gut. Na gut, dann ist das halt so. So, du gehst jetzt mal nach Estland. Die Orgien, hä? Ich dachte, Estland wäre noch. Ach, da. Estland. Guten Tag, meine Herren. So, da gehst du jetzt hin. Hm. Da bin ich wohl schon zu weit. Estland, da ist es doch. Zack, da. Dann bekehrst du die ganzen Gurken mal. Tut Buße, denn der Tag des jüngsten Gerichts ist nah. Ja, 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 ja. Du gehst jetzt mal da nach Targo. Möge euch die Sonne den Weg weisen. Und das erst mal das machen. Und jetzt das so. Ich größe den strahlendsten Herrscher der Welt. Ach, ich hab kein Geld zum Bekehren. Daran nichts. Okay. Na gut, ich hab auch einiges an Geld ausgegeben. Das ist euer Wunsch. Wie lange wird ganz gut in den Land gehen? Ja, mein Herr. Wie viele Schützen? Ich hab ganz viele Armos dazu. Ich hab zu wenig Nahkämpfer hier drin. Ach, Tage. Oh, kann ich jetzt? Jetzt kann ich bekehren. Gut. Sehr schön. Wo sind denn die da? Ach, da unten sind die Beschäftigten. Okay. Stört mich nicht sonderlich, ehrlich gesagt. Das ist euer Wunsch. Ja. Du gehst mal hier rein. Ja, mein Herr. Du gehst hier raus. Ich verlasse die Stadt. Nahrung auffüllend. Du schiffst auf das Schiff. Und du durst ebenfalls auf das Schiff. Eigentlich ist das egal, ob ich die noch mit nach Cordoba hole oder nicht. Wie lautet euer Befehl? Wie lautet diese Stadt? Weil, ähm, das schaffen die schon. Hoffentlich. Obwohl, das ist nur ausgeglichen. Ah, jetzt will ich eindeutig überlegen. Das sieht gut aus. Wie lautet euer Befehl? So, hier kommt es auch hierher. Wahrscheinlich, bis die da sind, ist es wahrscheinlich schon vorbei hier. Mein Herr. Die Küste ist nah. Ja, Mann. Wie lautet euer Befehl? Endlich wieder warmes Essen. So, zwei Highlander dazu. Ähm. Mein Herr. Für die Ehre. Anruf um den Sieg. So, nehmt es mit hier. Mach's dann platt. So, die Stadt gehört mir. Wenig überraschend, aber so ist es. Lasst uns den Proviant aushöhnen. Ja, zack. Ähm, wo gehen wir denn jetzt hin? Ähm, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal hier oben hin, ne? Nach Andalusieren. Was ist euer Wunsch? Was ist euer Wunsch? Die beiden schlagen sich hier noch die Befehl? Herr Hoheit, wir haben eine Schlacht gewonnen. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Ah, der hat schon wieder einen Highlander verloren. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, ey. Zeit, wie wir marschieren los. Komm, wir müssen mal da hin. Drücken wir dir noch wieder einen rein hier. Unser Kleriker war erfolgreich und hat eine Provinzbekehre. Ja, schön. Was ist euer Wunsch? Was ist euer Wunsch? So. Neues Gebäude wurde errichtet, mein Herr. Achso, er kann... Er kann auch nicht direkt in die neueste Provinz hineingeschickt werden hier. Dann sollte das eigentlich Targo Granada... Zack. Guten Tag, mein Herr. ...bekehren, eingliedern. Gleich mal das Risiko minimieren hier. Dass hier irgendwas passiert, das wollen wir ja nicht, ne? So. Zurück in die Stadt. Nahrung. Regenerieren. Wo gehen wir jetzt hin? Das ist da oben. Leon gehört schon mir, okay. Äh, nach Toledo. Sie auch meinen, dass wir niemanden in die Stadt oder her raus. Das ist Andalusien. Gut, jetzt auch mir. So viele Provinzen haben die gar nicht mehr. Zurück in die Stadt. Ich sagte ja, das läuft schon darauf hinaus. Wenn die beiden ankommen, habe ich schon längst alles erobert. Aber Sie stürmen die Stadt aus. Ja, meine Herren. Wohl? Äh, ja, doch. Ich glaube, ich bin zu Fuß schneller als die mit dem Schiff. Gucken wir mal, wo es hingeht. Ach, Toledo ist ja auch noch da. Eine Provinz wurde erfolgreich bekehrt. Ja. Ach, juhu. Ja, jetzt ist tatsächlich nur noch eine einzige Provinz und dann haben wir es geschafft. Europa gehört mir dann komplett und dann ist das Spiel auch vorbei. Ich brauche jetzt, denke ich, niemanden mehr. Was ist euer Wunsch? Hunger, die Stadt aus. So, mal gucken, ob wir da gleich mit vier Leuten stehen oder ob die das ohne Schaffen belagern. Ich will jetzt schon eindeutig überlegen, die beiden kommen jetzt noch dazu. Ne, kommen sie nicht, weil nur maximal zwei können. Ha! Sag doch mal einer wasch. Einer wasch, genau. Wasch, wasch, wasch. Oh, warte mal. Belagerung von Kairo? Und Brandenburg wird auch belagert. Okay. Das finde ich jetzt interessant. Das gefällt mir, Herr, eure Hoheit. Aber es ist egal. Es ist egal. Das wäre ja noch ein Ding, wenn die beiden mir das noch geschafft hätten, da diese zwei Provinzen wegzunehmen. Letzte Schlacht ist vorüber. Huhu. Ich habe es geschafft. Europa gehört mir. Ihr habt alles gewonnen. Ja, und ich habe auch alle königlichen Errungenschaften. Grafschaft von Schottland. Einzige noch verbliebene Nation. Das wäre ein Ding gewesen. Ich glaube, dann hätte ich tatsächlich noch mal einen Schritt machen müssen, wenn ich die beiden letzten Provinzen verloren hätte. Ähm, komm mal kurz, was haben wir hier noch? Äh, da. Größte Königreiche, ja. 168 Provinzen. Größte Militärstärke, auch logisch. Und das reichste Königreich bin ich selbstverständlich auch. Unbeliebtes Königreich bin auch ich. Und Handelseinkommen 0. Natürlich, ich habe keinen Händler. Die habe ich ja alle rausgeschmissen, schon vor etlichen Folgen. Weil ich die nicht mehr brauchte. Und ich hoffe, euch hat das Spiel gefallen. Mir macht das unheimlich viel Spaß. Und wenn ihr das möchtet, das müsst ihr mir natürlich mitteilen, dann, ähm, kann ich gerne noch eine weitere Staffel mit einem neuen, mit einem anderen Land aufnehmen. Da müsstet ihr dann, äh, eben sagen, ob ihr das sehen wollt oder nicht. Und ihr könnt natürlich auch Vorschläge machen, mit welchem Land ich das Ganze dann in Staffel 2 quasi dann machen soll. Also, bis dann. Also, bis dann. Vielen Dank.